Also, wie bekannt, Gegensätze ziehen sich an. Dies sieht man am besten am Mäuschen Pinkepang und am Riesen Wollefakt. Denn sie schaffen es immer wieder, die Unstimmigkeiten zu überwinden, sodass dies ein schönes Bild ergibt. Die Mäuschen Pinkepang mit Riesen Wollefakt, ich dies vorstellen, werden sie euch jetzt mal demonstrieren. Die Mäuschen Pinkepang